moin moin leute ich grüße euch hier ist und heute wird einmal wieder ein wenig unter wasser was hier überhaupt hier habe ich jetzt schon hier ist irgendwie gerade im märchen zu kauf energie Ich würde jetzt aber echt gerne mal wissen, wie ich hier... Ich muss hier erstmal erstmal klarkommen, dass ich hier noch Platz habe. Konstruktions... Das ist das Konstruktionswerkzeug. Das ist der Scanner. Warum ist der hier unten drin? Das ist Happa Happa. Könnte ich auch mal wieder tun. Warum drücke ich eigentlich immer Escape, ey. Was ist das, was ich hier in der Hand habe? Hier ist dieses Luftsystem, was ich eigentlich nicht mehr brauche, ne? Weil er hier irgendwie schon... ganz einfach Luftdingst... irgendwie aus dem Wasserfilter... Aber ich muss hier doch jetzt auch irgendwie... Hände ranbohren können, oder? So, ne, 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 ne. Was sind die... Innen... Elemente... Module... sonstiges... ... Schild. Oh, das ist viel Luft. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Fischis hier nochmal. Sorry, aber ich muss erstmal eben kurz schnallen, wie das hier überhaupt geht. Hier, da greift bestimmt wieder irgendwas an, ne? Ja. Kriegt das Fisch platt? Na ja. Jetzt verpisst er sich. Da ist ein Blasenfisch hier. Noch ein Blasenfisch hier. Ah, jetzt wird es schon wieder Stress hier, ne? Oh, wow. Oh, wow. Ja, ich habe einen Blasen. Es gibt bestimmt ganz schön viel Haba Haba, wenn du tot bist. Oh, zwei Stück! Fuck. Aua, 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 Aua. Das hat weh, das hat weh. Okay, ähm. war jetzt wohl doch nicht so cool die anzugreifen das tat aua das war Blowing our credits running errands for altera see what the long range scans pick up in the meantime this is every time we're still living in the meantime there's always still people living in the meantime where is the speaker water wort und was zum hopper was trinken muss ich jetzt nicht drauf dringend ich habe gehört es soll echt gehört dass das nachher doch recht schwer sein soll in wasser zu kommen weil diese blasen fischer sind alles was man hier einsammelt einfach nicht mehr wie der nachtsbond setzt fotografische fahrtfelderscheiben aus wird verwendet um einen weg aus höhlen zu markieren oder aus bereichen in denen die orientierung schwerfällt höchstens 20 scheiben pro fahrt ach so so ein brotkrumm ding halt und hieß körper wie eine chemische reaktion produziert gersten für solchen auftrieb gravitationsfalle batterie batterie müsste man doch hinkriegen viele fahrzeugs vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen was scannen damit ich vielleicht das fundament damit ich da in die wände kriege oder so hier spricht avril quinn vom handschiff sunbeam aurora hören sie mich kommen nichts als vakuum diese altera schiffe kommen gegen ihnen der schiffs schmierstoff ausfunken sie einen sos man bietet Hilfe an und sie antworten nicht aber wir sind am ende der am anderen ende des systems und essen es wird über eine woche dauern ihre position zu bereiten benötigen sie noch unsere unterstützung kommen ich versuch's morgen nochmal die verdammten charter zwingt uns mit besorgung für altäre unsere gewinnspanne zu verschleudern mal sehen was die langstreckenscanner in der zwischenzeit aufgenommen haben ja auf ach so das ist ein anderes schiff aus 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 ab aus 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 Das ist gar nicht so weit entfernt, oder? 352 Meter. Ach, schwimmen wir doch mal eben hin. Jetzt können wir hier zwischendurch schon was scannen. Das war der Scatter, oder? Ach, nicht mit den einfachen Dings umsaufen. Na komm schon. Der will nicht mit. Okay. Und aufwärts. Wollen wir in die richtige Richtung? So, das können wir bestimmt scannen, oder? Also selbst können. Das ist wohl echt essentiell hier, dass man die ganzen Sachen scale. Um die Baupläne zu kriegen. Oh, das ist ein Blanfisch. Wollen wir hin. Oxygen. Oxygen. Grafik vom Wasser ist auch schon echt nice. Muss ich sagen. Hm. Die hat zwar nicht so ganz überlebt, oder? Achso, das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Nee, das war's für mich. Was für nichts ist das? Ja irgendwas muss doch hier gehen, oder? Ah hier kommen wir auch schon. Was hab ich doch noch neu gekriegt? Ah ein Abfalleimer! Juuu! Ganz ungewünschte Gegenstände. Achso zersetzt ungewünschte Dinge, die dauerhaft in den humanen Bestandteilen sich ja in die Atmosphäre abwenden. Tan, 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 tan. Das ist Kapsel 3, ich glaub das lese ich mir mal an der Urfläche durch. Äh. Geh mal. Ja hat sich ja doch gelohnt. Ich schwimm mich erstmal in kurz. Ey was machst du denn da alter? Nimm mir von den Schlimpflanzern mal bisschen was mit, ich glaub das brauchen wir auch. Was soll denn das ey? Ich tue euch doch gar nix. Ich schwimm mal was zum Skit. Ah, das war ich nicht, aber dann habe ich ja okay. Okay. Detektiv increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Okay. Self-scan complete. Vital signs normal. Detektiv trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Okay. Das sind Eier. Gut, da brauche ich den wohnen Schneidbrenner. Ah, da sollte man vielleicht mal diese Buoyen mitnehmen. Dass man das ähm kehren kann. Nicht, dass man nachher nicht mehr weiß wo das ist. Und dann schauen wir hier unten noch. Ach. Und hier noch ein paar. Ob es hier was gibt zum Scannen. Das ist ein bisschen so groß. Ja, mit Hafer. Das ist ja meine Metage voll. Ach, diese Scheiß Schien fliegenpflanzen. So groß. Na, da brauche ich erstmal. Erstmal. Nichts. Nein. Ach Mann ey. Das sind zwei Reiche. So. ich muss ich doch auch noch was kennen können das ist noch ein Blasenfisch. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Ach, Inventar voll. Scheiße. Warum mache ich denn nur so ein kleines Inventar? Warum drücke ich immer ESC? Da ist ein Blasenfisch. Da ist ein Blasenfisch. Ich bin ein blöd Feuerlöscher. Das war aber knapp. Das ist echt. Hier schwimmen wir noch einige rum. So, da ist sowas zum Scannen. Wer brüllt hier rum? Das Seegleiter ist sehr cool. Nice, nice, nice. Aber ich hätte auch gerne nochmal... Was mit äh, schon mal Luftpumpe einsparen? Das ist im Moment gar nichts, ne? Oh, Flüssigkeitsaufnahme. Das muss ich da jetzt fallen lassen. Na, nein, das muss ich da jetzt fallen lassen. Na geil. Ja, ich muss, ich muss saufi saufi machen. Kompass, okay. Signal, wo jeder Migrationshilfe behält und sendet eine seine Position. Na, nein, 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 nein. Was brauche ich? Wie setze ich da gleich mal an den Kram da? Ähm, wo ich den Schneidbrenner brauche. Dass ich das nämlich nachher, äh, heben kann. Fügelte Namen. Das sagen wir halt. Das ist aber immer noch nicht geschnallt mit den Titanenbahnen. Warum man denn daraus keinen Titanen mehr macht? Also nicht wieder Titanen machen kann oder für Sachen, ähm, für die man Titanen braucht, diese Titanenbahnen benutzen kann. Schmierstoff. Ähm, muss ich halt sowieso erstmal gucken, was ich für ein Bestand habe. Vor allem muss ich jetzt erstmal was saufen hier. Na, Wasser ist echt krass hier, ne? Oh, Mann. Was hab ich denn hier noch schönes drin? Ach, hier ist ja noch so viel Scheiß drin. Ähm, da kann ich den, ähm, Wärter wechseln. Wie machen wir das Wasser mal voll? Graue Kappe. Jau, bringt mir richtig viel. Kreaturenei. Zyklop. Tiefenmodul. Stufe 1. Zergrößert die sichere, sichere Tauchtiefe. Nicht erstapelbar. Ach so, das ist so ein Mod wahrscheinlich, ne? Ja, die Pumpe brauche ich auch erstmal nicht. Signal, wo hier? Was brauche ich denn nur für die Signalsinale? Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer, Kupfer, haben wir da noch was drin, ne? Hier muss ich wieder Escape drücken, um rauszukommen. Ja, guck mal, hier auch mal. Denn... Hier, hier, hier sind die Signalsinale. Hier. Hier. Was für Stau? Ich auch gar nicht so dumm, ne? Naja, na, 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 ich weiß nicht. Ähm... Medipack. Schwim... Ich schwimm jetzt erstmal nochmal im... Och, jetzt wüsste wo das wär. Das war... So, hier. Äh, die Richtung war das genau. Ja, genau, hier bin ich das weggeschmissen. Ich will jetzt Zitan noch mitnehmen. Ups, das ist immer auch so schön umsonst. Blasenfischi. Oh, ganz viele Blasenfischi. Oh, ganz viele Blasenfischi. Komm her. Hier irgendwo in diesem Gewirr war. Ich will jetzt... Ah, jetzt... Ich will jetzt... Ich kann euch nicht klein... cock. Ich will jetzt... Ich will jetzt... Ich will jetzt... Ich will jetzt... Das war wieder sehr knap, sehr sehr knap. Heu, hier war das so, oder? Okay. Integrating new PTA data. Okay. Hier geht es aber schon relativ tief runter, muss ich sagen. Ah, hier ist es. Hier ist es. Ich muss noch ein bisschen scannen. Wie der Fahrzeug schießt. So, dann nutzen wir jetzt mal das Enabo hier. Hey. Nee. Wie die jetzt beschriften. Enabo hier zwei. Wie fände ich den Namen denn? Wie fände ich den Namen denn? Na, wir sind ein Nebstwerf, oder? Wuhh. Wie ist es für hier? Nein. Ich bin legally des Knowschs. Letzigt also das, lasst die Beschwerde zu schauen. Ich bin nicht mehr. verstehe ich nicht 1 ist die geschichte mit dem so ich glaube ich verabschiede ich mich für diese folge von euch denn während ich schwimme ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir gerne ein like da und dann sage ich auf wiedersehen bis zum nächsten mal euer fuh